Flex-Hüfte Die gesamte vordere Muskelkette, beginnend vom Oberschenkel über Hüftbeuger und Bauch, wird in die Länge trainiert. Der Rücken entspannt sich, man kann sich wieder strecken. Jetzt nochmal die gleiche Übung mit gestreckten Armen. Der Hebel wird größer und die Übung wird wesentlich intensiver. Untertitelung des ZDF für funk, 2017